Aber gut, ich sterbe jetzt auch zu oft, wie man sieht. Oh! Turn on! OMG, Jungs! That's turn on, meine Freunde! Servus, Leute! Was geht da? Pippo am Start und so und ich hab keinen Bock mehr. Ohne Witz, Jungs. Es reicht einfach. Wie oft ich jetzt diesen Scheiß-Satz schon gesagt hab, Mann. Oh, letzte Runde, die war so... Ich muss jetzt erst mal wieder ein bisschen runterkommen. 3, 2, 1, let's go, Jungs. Ich hoffe, wir reißen jetzt was. Ich hoffe, ich hab jetzt wieder gute Laune. Letzte Runde Cargo. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen werde. Es war die Rage-Szene, number one, Jungs. Da hatte ich echt langsam... Fall um, ne? Da hatte ich echt schon lange, seit langem wieder eigentlich... Jungs, Trippies! Ja, die geht direkt dashen. Okay, 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 Jungs. Kurz vor Orbi. Okay, nice, Jungs. Nice, nice, nice. Also, das läuft auf jeden Fall schon mal wie geschmiert. Fuck. F Fuck. So Jungs Okay, die Hunde machen auch nicht gute Arbeit Ich hoffe, ich komme jetzt vielleicht noch ein paar Gegner rein Jungs Also wenn alle jetzt quitten, das ist etwas suboptimal Um das jetzt mal so auszudrücken Also ich will ja nichts sagen, aber Ein paar Gegner wären nicht schlecht Sagen wir es jetzt mal so Ich meine es ist ja immer irgendwie das Blöde Für COD braucht man ja Immer Gegner Schlechtsten Spieler der Welt Die schlechtesten Spieler Seit der Erfindung des schnittigen Schnittigen Schnittbrotes Wenn ich jetzt vor Obi sterbe, quitte ich Okay, nice Jungs Oh, hätte der mir jetzt einen No-Scope verdrückt Ich hätte keinen Bock mehr gehabt So meine Freunde Läuft perfekt bis jetzt Und damit meine ich auch perfekt Ich leiste mir jetzt keinen Fehler Das wäre nämlich jetzt Tödlich, würde ich mal behaupten Nein Mann, wieso bekommt er mich Es gibt keinen Sinn Wieso bekommt er mich Ich verstehe es nicht Wieso bekommt er mich Als ob Als ob Als ob Als ob Äh Mann Jungs Als ob Er mich bekommen würde Ist doch lächerlich Ist einfach nur Lächerlich So Okay Egal 57 1 Ich kann mich ja Eigentlich Nicht beschweren Womit eigentlich Meine ich natürlich Auch eigentlich So Zack Jungs Den noch weggeholt Kurz Fuck Jetzt bräuchte ich Ja egal 59 1 Erste Halbzeit Jungs So So Jetzt Was geht Da Pügelstein So Jetzt Ich komme zu einer Runde Herrschaft Auf der Map Nuketown Und ich hatte noch nie so Komische Spawns Muss ich ganz ehrlich sagen Okay gut Wir haben nämlich hier auch Taktikmaske Natürlich Am Start Zack Den haben wir Okay gut Na der dachte Der könnte mich Hier so locker Weg OMG Mein Aim Ach du Schande Okay nice Obi haben wir am Start Fuck Shit 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 Oh mein Gott Sind das viele Ich muss EMP raushauen Ich werde hier nur noch EMP Ach du Scheiße Jungs Alter Was geht hier ab Oh mein Gott Was geht hier ab Jungs Es ist zu krass Es ist zu krass Oh mein Gott Was geht hier ab Ich packe das gerade nicht mehr Ich packe das gerade Gar nicht mehr Ich will das auch gar nicht mehr packen Ich hatte noch niemals eine so krasse Runde Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss chillen Oh mein Gott Ich kriege gleich einen Herzinfarkt Ich bekomme gleich einen Herzinfarkt Leute Nein Mann Er holt mich auf den schnellsten Streak der Welt Alter Oh mein Gott Holy shit Freunde Egal jetzt geht's los So Zack Zack Den holen wir Okay jetzt geht's los Okay 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 nice Oh Gott geht es hier ab Fuck ich hab so Respekt vor den Spawn Punkten in MW3 Chillt mal kurz Nice Nein Nein Jungs Er holt uns auf 19 See you now